Hallo und willkommen zurück bei Feed the Beast Revelation. Ich stehe bei meinen Pageant-Pestiziden, Anima, Kirlian, Gummibär und Voltri. Vielen Dank, meine Guten. Wir sind hier letztes Mal wieder vom Hof gegangen mit ein bisschen Unsicherheit im Leib, aber das ist ja alles gar nicht nötig, denn wir haben ja ein paar Sachen vor uns, die ich schon länger automatisieren wollte, auch schon in anderen Staffeln, die ich aber noch nie automatisiert habe. Und ich rede zum Beispiel davon, dass wir nur eine Chest haben und in die Iron und Kohle reinschmeißen und dann wird das exportiert und wir bekommen automatisch Steal, damit ich nicht immer, wenn ich etwas Größeres baue, für die Zukunft, damit wir dann nicht immer unser Standardsystem unterbrechen müssen, sondern dass das schon woanders verarbeitet wird. Aber ich möchte einen Schritt weiter gehen, nämlich, dass in unserem System, also in dem Speichersystem, immer eine bestimmte Menge an Steel drin bleibt. Und wenn diese Menge unterschritten wird, wird automatisch Neues hergestellt. Und das möchte ich nicht nur mit Steel haben, sondern mit allen Alloys, die man herstellen muss. Also auch mit Inva und mit Bronze und mit diesen Vibrant Alloys und der Stufe davor, Energetic Alloys. Das sind mehrere und ich möchte eigentlich versuchen, das hier zu automatisieren. Und das wird ein Weilchen dauern. Und das ist jetzt erstmal unser nächster Auftrag, einfach mehr Automatisierung. Wir haben schon mal automatisiert in der dritten Staffel. Da haben wir ein großes Crafting, ein Crafting-Computer gebaut von Applied Energistics. Und jetzt in der neunten Staffel wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen, das einigermaßen zu automatisieren, ohne jetzt einen Crafting-Computer zu bauen. Ich will das nur mit Exportern automatisieren. Ich habe darüber nachgedacht, mit ein bisschen Redstone sollte das eigentlich möglich sein. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bevor wir dieses Unterfangen angehen und bevor wir jetzt einfach mal probehalber diese ganze Chest importieren lassen, um zu gucken, wie schnell das geht. Ich bin erfreut, wir haben über ein Stack Erodium bekommen und über ein Stack Litterit und wieder das obligatorische Lonstalite. Bevor wir das jetzt mal importieren in das System und gucken, wie schnell unsere neuen Maschinen arbeiten, müssen wir erst einmal hier etwas tun, weil das ist ein unhaltbarer Zustand. Ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht mehr an dieser Stelle stehen haben, sondern vielleicht da drüben eine große Serverwand einrichten. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Storage Conduits und auch noch ein paar Cable. Wir brauchen ja keine Conduits benutzen, wo Cable reichen, weil die Conduits etwas teurer sind. Gut, da oben habe ich es trotzdem gemacht, aber wir gucken einfach mal. Wir haben noch ein paar Refined Storage Conduits und Cable. Warte mal, wie baut man die? Ja doch, Cable heißen die einfach nur. Okay, also Cable haben wir, warte mal, das machen wir mal anders, machen wir mal so. Okay, was ich mir auch gespeichert habe, ich bin hier durchgegangen durch Just Enough Items, habe einfach mal geguckt, was es so gibt. Es gibt einen netten Fluxo-Magnet für Items, die auf den Boden fallen. Damit könnte man zum Beispiel besser Obsidian abbauen, weil das dann die Items automatisch in unser System saugt. Und außerdem habe ich hier FAT-Tech Manual, habe ich mir besorgt. Das ist nämlich meiner Meinung nach, genau, das ist ein Elevator. Ein Multi-Block Elevator. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das ist, was ich mir vorstelle. Ich stelle mir nämlich vor, dass das nicht so ein Teleportierer-Elevator ist, sondern so ein fahrender Elevator. Was natürlich alles sehr viel langsamer macht, aber ich fände es mal interessant, den zu bauen. Da gibt es jedenfalls eine zwölfseitige Anleitung dazu, wie man den einrichten muss, damit er funktioniert. Und das finde ich interessant. So, dieses Cable, nur aus Glas, Redstone und Quartz-Enriched Iron, das ist sehr billig und sehr einfach. Da stellen wir mal ein paar her. So. Und dann können wir zum Beispiel das hier, ich meine, ab da können wir schon Cable machen. Und da drüben brauchen wir dann nochmal Conduits. Es sei denn, wir gehen sofort hier hoch und gehen in der Conduit-Lane lang. Dann können wir erst hier wieder normale Cable benutzen. Das können wir auch machen. Ja, wisst ihr, das ist genauso gut. Und dann, ja, das ist bis unter die Decke. Dann können wir hier auch eins, zwei, drei, vier, vielleicht fünf Blöcke hohe Server-Racks machen. Dann geht das bis unter die Decke. Genau, das ist okay. Und da fängt unser Server-Rack an. Da haben wir jetzt acht Stück. Und ich würde jetzt 20 vorbereiten. Dann haben wir erst mal vier Spalten mit je fünf Racks. Also bräuchten wir noch zwölf weitere. Dann haben wir erst einmal unser System verdoppelt von der Größe. Das wäre schon nicht schlecht. Wir brauchen jetzt, erst mal können wir mit dem Kabel hier nach oben gehen. Das wird sich dann da verbinden mit dem kommenden Conduit. Jetzt brauchen wir mehr Conduits tatsächlich. Die habe ich ja jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht wahr? Ja, nein, habe ich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Conduits bauen. Die gehen ja auch aus den Kabeln. Dann brauchen wir keine Quads-Enriched-Iron. Das erscheint mir aber ein bisschen zu teuer irgendwie. Ich würde gerne beides behalten. Deshalb bauen wir ein paar Improved Processor. Das war... Oh, müssen wir erst mal gar nicht schmelzen, sondern erst mal nur so. Machen wir mal von mir aus acht. Die werden erst mal da unten geschmolzen. Und dann haben wir ein paar Improved Processor. Und dann können wir noch ein paar Conduits bauen. Ich werde jetzt absolut nicht so viel brauchen, wie ich jetzt hier herstelle. Aber das ist schon in Ordnung. Machen wir hier so. Das ist mehr als genug. Absolut mehr als genug. Dann gehen wir nämlich hier, da nach oben und hier rüber. Und dann können wir unsere... Sehr schön. Dann können wir hier unsere Disk-Drives nämlich schon abbauen und da drüben wieder aufbauen. So. Oh. Ja. Okay. Das ist kein Problem. Kein Problem. Wir kommen damit klar. Solange wie ich auch nur ein Disk drive... Aber ich habe alle sieben auf. Ah, natürlich. Die stapeln sich. Die... Aber die... Die Storage-Disks nicht. Okay. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die ein Inventar haben und sich deshalb nicht stapeln können. Das macht eigentlich auch Sinn. So. Da können wir erst einmal das hinstellen. So. Das sieht jetzt deutlich weniger aus als vorher. Aber... Das ist glaube ich eine gute Methode, wenn wir das so machen. Natürlich kommt jetzt alles kreuz und quer durcheinander. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm. Dadurch ist das natürlich wieder sehr viel bunter geworden hier. Nicht wahr? Ihr wisst, wie ich meine. Wenn hier die vollen und die leeren Disks durcheinander geschmissen werden. Ich finde das nicht schlimm. Das ist jetzt... Das ist dann am Ende nicht mehr so ordentlich. Aber es wird halt bunt dadurch. Ich meine, was soll's. Nicht wahr? Und genug Material sollten wir eigentlich haben, um jetzt nochmal zwölf solche Disk-Drives zu bauen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay. Oh, doch. Da ist noch eins. Ich dachte, eins hätte ich versehentlich exportiert. Okay. So. Dann haben wir hier eine bunte Ansammlung. Ich meine, die blauen sind ja komplett leer, glaube ich. Oder? Da ist fast nichts drin. Ich glaube, die sind komplett leer. Genau. Oder die gelben sind fast voll. Ja, ja. Wahrscheinlich sind die eine Weile blau, auch wenn null drin. Auch wenn jetzt 20 drin sind oder so. Obwohl die blauen sind alle komplett leer. Ist interessant. Ich finde irgendwie nur welche, die entweder randvoll sind oder fast 1000 haben oder null. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ich finde keinen, der 300 hat oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Seltsam. Das ist ja interessant. Und auch hier 400. So, der hat 400 und ist blau. Vielleicht werden sie ab 500 gelb. Ich weiß nicht. Oder orange besser gesagt. Äh, gut. Dann können wir das hier abbauen. Und dann muss ich nämlich mit meinem Bett nicht immer weiter in den Gang rücken. Dann kann das erstmal da bleiben, wo es ist. Das war mir jetzt wichtig, dass ich hier trotzdem da noch schlafen bleiben kann. Und das Server Rack einfach woanders hinkommt. So. Okay. Dann kommt das erstmal wieder weg. Und dann, äh, wie heißen die jetzt? Disk Drive. Dann bauen wir mal 12 davon. Davon brauchen wir Advanced Processor. Okay. 12. Das ist kein Problem. Wir haben Diamanten ohne Ende. Bam. 12 davon. Bup. Und dann brauchen wir Machine Casing. 12 Stück. Da gucken wir mal. 1, 2. Na klar, Quartz Enriched Iron fehlt uns. Das sollte auch kein Problem sein. So. Da bauen wir jetzt nochmal 10 von. Wunderbar. Dann sind da unsere Processor fertig. Seht ihr, wie gut das geht? Wir haben ja Material ohne Ende praktisch. Was ist das? Ach, eine Chest braucht man dafür auch noch. Okay. Dann gucken wir mal. 12. Und es sind sogar noch Chests übrig. Könnt ihr mal sehen. Jetzt müssen wir nur noch möglichst schnell 12 mit 8 multiplizieren. Und zwar schnell genug, bevor ich aufhören muss zu reden. Und es allen auffällt, dass ich es nicht im Kopf kann. Ähm. 12 mal 8 sind 96. So. Oder? 80? 60? Ja. 96. So. Ähm. Storage Disk. So. 96. Das heißt, ein ganzer Stack sind 64 und dann nochmal 32. Oh ja, genau. Undertype Stacks. Genau. Undertype Stacks. Das ist ja lustig. Okay. Also ein Stack kann ich auf jeden Fall schon mal bauen. 37. Glas fehlt uns. Ah. Das hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch schon öfter Glasprobleme. Gut. Dann ist es wohl wieder mal Zeit, einen Strand abzubauen oder eine Wüste oder so. Äh. Wollen wir mal gucken, wo uns unser Jetpack hinführt. Ich meine, inzwischen ist es ja wirklich relativ egal, wie weit das weg ist. Wir kommen so oder so relativ schnell dahin. So. Über das Village habe ich mich, glaube ich, schon ein paar Mal gewundert. Oh. Hier ist ja ein Village. Sowas aber auch. Irgendwie 65 Episoden vergangen. Und ich wundere mich jedes Mal darüber, dass da ein Village ist. Toll. Großartig. So. Hier können wir eigentlich runter. So. Was soll's? User is about to... Okay. Activate the Hover Mode. Ist ziemlich spät gekommen. Das passiert natürlich, wenn der Server laggt. Dann aktiviert er den Emergency Hover Mode, wenn man schon auf dem Boden aufgeschlagen ist. Das ist natürlich ein Problem. Aber ist nicht ganz so dramatisch. Ähm. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein bisschen herkriegen. Hier ist noch eine schönere, größere Sandbank. Das finde ich gut. Dann haben wir ruhig mal ein bisschen mehr. Was soll's? Schadet jetzt auch nicht. So. Hier noch mehr. So. Ist ab. Ach, wunderbar. Gut. Das sollte eigentlich genügen. Guck mal. 500 Meter. Wie lange das früher gedauert hätte. Keine Ahnung. Lange jedenfalls. So lange, wie es halt dauert, 500 Meter in Minecraft zu laufen. Weißt du nicht, wie lange das ist. Aber lange genug, als dass ich ungeduldig werde. Dieses Jetpack hat mir mein Leben tausendmal einfacher gemacht. Das kann man nicht anders sagen. So. Jetzt haben wir aber ein Problem, dass ich nämlich nicht nochmal Shift klicken kann für die Storage Parts. Weil. Weil wir. Ähm. Weil ich dann einen ganzen Stack bauen würde. Aber wir brauchen ja nur Under-Type-Stack. Und die habe ich schon mehr als einen halben. Das wäre ein bisschen ungünstig. So. Jedenfalls der hier ist jetzt, ähm. Ziemlich schnell am Schmelzen. Der schmilzt nicht so schnell, wie es in ihn importiert werden kann. Aber er schmilzt schnell genug. So. Definitiv. Aber das ist gar keine Frage, dass er schnell genug schmilzt. So. Wir können mal gucken, was uns zuerst ausgehen wird. Ich würde mal denken, das Silicon. Und bei dem Silicon können wir uns, glaube ich... Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man das herstellt. Ich weiß es nicht so genau. Das war auch irgendwie aus dem Sand. Aber Sand im Pulverizer oder sowas komisches? Ich weiß es nicht genau. Ihr seht, ich kämpfe hier die ganze Zeit mit dem Glas. Aber... Aber es kommt fast so schnell rein, wie ich klicken kann. Von daher ist das wunderbar. Genau. Silicon ist uns jetzt ausgegangen. Ach, geschmolzener Surtusquad... Moment. Geht auch Surtusquadstust? Ja, wunderbar. Geschmolzener Surtusquadstust. Da wollen wir mal hier... Nehmen wir ruhig einen Stack. Ne? Was soll's. So. Rein in den Pulverizer. Ne, nicht rein in den Pulverizer. Machen wir ganz anders. Rein in die Sackmill. Guck mal, wie schnell. Oh, meine Fresse. Geht es hier in den... Ja, und da schmilzt es sogar. Okay, der macht also erst einmal noch das Glas. Davon hat er gar nichts mehr. Der ist fertig. Wie viele Stacks habe ich dem eben gegeben? Großartig. Fantastisch. Wir haben 150 Glas noch übrig. Das ist supi. So. Und 32. Das sind 96 zusammen. Großartig. So. Und jetzt müssen wir nur noch das bauen. Da brauchen wir noch mehr Glas und Quartz-Enriched Iron. Das wird uns wahrscheinlich auch ausgehen. Bam. Ach ja, Gott. Da muss ich ja einzeln klicken. Okay. Quartz-Enriched Iron ist es ausgegangen. Ähm. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Iron wir noch haben. 500. Gut. Dann tut das nicht weh. Ich meine, ich brauche für jeden... Für jeden Stack habe ich hier drei Stacks gebraucht. Also jetzt haben wir nur noch 200. Darf man dich unterschätzen? Das geht ganz schön ins Iron. Aber das ist okay so. Das passt schon. So. Und sobald wir hier unser... Unsere Disk Drives alle aufgefüllt haben, können wir auch unsere... Unsere Orchest einmal importieren. Und damit sollten wir dann eigentlich genug Materialien haben für unsere weiteren Vorhaben. Und was vielleicht wichtiger ist, werden wir genug Speicherplatz haben, um in Zukunft vielleicht noch ein paar Mal Materialien zu importieren. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir lagern die Materialien ja nicht nur, um sie zu haben, sondern weil wir etwas damit anfangen wollen. So, ich kämpfe immer noch ein bisschen damit, was ich damit anfangen möchte. Aber prinzipiell hat das ja alles einen Sinn. Und von daher dürfte das Material eigentlich grundsätzlich nicht endlos mehr werden, sondern irgendwann müsste es eigentlich an eine Situation kommen, wo das Material so ein bisschen in der Schwebe hängt und nicht mehr mehr wird. Und so, das ist auch so ein bisschen der Plan. Oh ja, Silicon brauchen wir nicht. Es könnte uns halt der Sand ausgehen, da bin ich mir nicht sicher. Ich klicke jetzt vorsichtig, damit wir nicht aus Versehen wieder so ein Housing bauen, was ich denn nicht verwenden kann, weil ich keinen Storage Part mehr übrig habe. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt. So. Und da nochmal welche. Das heißt, wir brauchen nur noch zehn Stück. Okay, wollen wir mal sehen. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hä? Warte mal, ich habe zu... Oh nein, wir brauchen ja auch zwölf. Okay, ich dachte schon, ich habe zu viel gebaut. Oder zu... oder falsch berechnet. Bam! Und jetzt Storagehausen, weil ich keinen Part mehr habe. Das heißt, ich habe richtig berechnet. Geil! Alles korrekt. Bam! So, das ist doch hübsch, oder? Wenn wir das jetzt quer durcheinander würfeln würden, wäre es noch hübscher. Aber gut. Wie viel Speicherplatz haben wir denn jetzt? Ähm... Ich werde zu sagen, wird irgendwie nicht angezeigt. Hä? Das ist aber doof. Warum wird denn die Gesamtkapazität nicht angezeigt? Ich dachte, das wird mir irgendwie... Naja, gut. Wir haben... Wir haben 8000 mal 20. Ähm... 8 mal 20 sind 160. Also 160.000 Blöcke passen rein. Und wir haben ja gerade mal 100.000 oder so. Äh, ne Quatsch. 50.000. Ach, Mann, weiß was ich. Kann sich jeder selber ausrechnen. Ist auch egal. Ist nicht ganz so wichtig. Jetzt können wir... Das muss ich... Das will ich nicht die ganze Zeit im Inventar haben. Aber wenn ich es ins System packe, vergesse ich es. Wir brauchen mal kurz ein Itemframe, damit ich mir das irgendwo an die Wand hängen kann. Ähm... Damit ich es nicht vergesse, aber es trotzdem aus dem Inventar weg ist. So. Itemframe. Bam. Und dann packen wir mal das Buch da rein. So. Hoffentlich vergesse ich es dann nicht. Ähm... Jetzt können wir hier mal die Chest importieren lassen. Indem wir hier den Extract einfach auf Always Active packen. Und jetzt wird unser System geflutet mit Materialien. Wahrscheinlich sehr viel langsamer, als die Maschinen das verarbeiten können. Ja, der Export ist einfach nicht sonderlich schnell. Obwohl es ist in einem ziemlich guten Rhythmus. Muss man doch sagen. Ich bin ja... Ich bin ja doch überrascht. Also die Maschinen sind jetzt nicht so viel schneller, als der Import, wie ich dachte. Von daher, das haut ziemlich gut hin. Die halten sich ziemlich die Waage. Sonst hätte ich da jetzt erst noch ein paar... Ein paar, ähm... Upgrades reingemacht in das Itemconduit. Aber es funktioniert ja ganz gut. So, der bekommt auch kein Cobblestone mehr. Das hat er nicht geschmolzen. Das ist in Ordnung. Wir warten jetzt einfach mal ab, wie das läuft. So, die Materialien werden importiert. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Materialien zwar importiert werden, aber wir sehen, hier kam schon wieder ein Resonating Ore von dem... Von dem Voidore-Miner rein. Wir müssen natürlich dran denken, diesen Import dann wieder auszuschalten. Ansonsten importiert die die ganze Zeit, während wir hier online sind. Obwohl, von der Sache ist es egal. Ich muss nur... Ich darf nur nicht vergessen, den Import auszuschalten, wenn ich wieder offline gehe. Das werde ich vergessen. Deshalb muss unbedingt der Import wieder ausgeschaltet werden, bevor wir hier weitermachen mit dem täglichen Wahnsinn. So. Die Smeltery hat noch gar nichts zu tun irgendwie, weil der hier ständig Sachen herstellt, die jetzt keine... Die keine Metalle erzeugen praktisch. Resonant Endstone, den will ich auch noch exportieren. Das möchte ich auch noch automatisieren. So. Warum sollte ich das... Warum sollte ich das manuell machen? So. Hier ist leider das Glax. Das finde ich ein bisschen doof. Ich hätte gerne, dass der... Ach, das ist Magma Crucible, braucht das. Genau. Moment, der Tank hier von... Ich glaube nicht, dass wir das nochmal brauchen. So, ansonsten wissen wir, wie es geht. Und da ist nicht mehr viel drin und der Tank behält sogar seinen Inhalt. Nein, tut er nicht. Fragile Pink Slime Shard. Oh, cool. Oh, cool. Das ist ja cool. Das ist ja sehr cool. Okay, das gefällt mir außerordentlich gut. Dann bauen wir das hier noch ab. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und dann kann hier nämlich noch ein Exporter ran. Und dann brauchen wir hier die ganzen Conduits vom System. Seht ihr mal. Es war doch nicht umsonst. Also. Haben wir da noch einen Exporter? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, woher. Aber gut, wir haben einen. So. Der Exporter, der soll... ...die Resonant Cleath Raid exportieren. So. Dann bekommen wir nämlich immer schön Ender Pearls rein. So, der kommt da ran. Der soll das exportieren. Und der bekommt natürlich noch links seinen Input. So. Und jetzt müssen wir das alles nur noch miteinander verbinden. Dann können wir da immer schön automatisch Ender Pearls reinholen, von denen wir inzwischen 90 haben. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Aber aus vier Resonant Cleath Raid bekommen wir eine Ender Pearl. Also bekommen wir hier nochmal... Ähm. Warum muss ich denn ständig rechnen heute? Also bekommen wir hier nochmal 6, 60 raus oder so. Okay. Dann brauchen wir mal die Cable. Ähm. Und die Conduits. Oh, wie, das wird gar nicht reichen. Ah. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Wir müssen nämlich hier in dieser Lane müssen wir mit den Conduits lang gehen. damit unser System, unser Computersystem da hinten... Oh, das funktioniert hier? Ja, das sieht aber seltsam aus. Damit unser System da hinten mit dem Exporter etwas anfangen kann. So. Mann, warum verbindet sich denn das mit allem? Das ist ganz schön penetrant hier, wa? Will sich unbedingt mit allem verbinden. So, das müssen wir dem erstmal kurz austreiben. Ähm. Da wollen wir nicht enablen. Nein. Und dann wollen wir das hier auch nicht enablen. Und, äh... Und die beiden auch nicht. Ich meine, was sollen die denn damit? So, die haben damit ja gar nichts zu schaffen. So, das kommt ausgeschaltet. Und... Das kommt ausgeschaltet. So. Okay. Dann müssen wir hiervon auf jeden Fall noch mehr bauen. Das reicht noch nicht. Mann, cool. Okay, es ist cool, wenn man vorsorgt und ein paar Sachen einfach mal da sind. Vielleicht sollten wir hier gleich nach oben gehen. Oh, das kann ruhig da bleiben. Das ist egal. Wir haben hier sowieso mehrere Lanes, die ineinander, äh, laufen und sich da verzweigen. Da ist es eigentlich nicht so dramatisch, wenn wir hier jetzt einen anderen Weg eingehen als sonst. Das macht keinen Unterschied. So. Da gehen wir rein. Und ich wollte eigentlich noch da hin. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt seht ihr, dass das Creative Fliegen, ähm, oder der perfekte Hover Mode hier einen riesigen Unterschied macht. Und er sehr viel leichter macht, das ganze Kabel zu verlegen. So. Und dann können wir hier mit normalem Kabel runtergehen, weil das, äh, billiger ist. Und wenn es nötig ist, können wir das dann mit dem Conduit ersetzen. Aber für den Fall ist es nicht nötig. So. Und schon hat er seinen Resident Cleath Raid und fängt ja an zu schmelzen. Und der bekommt es dann hier exportiert. Und, äh, schiebt es dann vollautomatisch, wie wir es eingerichtet haben, hier hinten in den Seared Tank. Und der gibt uns dann die Ender Pearls. So. Super. Dann ist das auch automatisiert. Und, äh, schiebt es dann vollautomatisch, wie wir es eingerichtet haben.